Weihnachts-Baby für Ex-GZSZ-Star-Senta-Sophia Dele-Ponti Anheiligabend verkündete die Schauspielerin und Sängerin die Geburt ihrer Tochter mit emotionalen Worten bei Instagram. Das Allerbeste liegt gerade in meinem Arm und zwar meine gesunde Tochter, schreibt die 27-jährige Neumama stolz. Bin sehr glücklich und voller Vorfreude auf alles, was wir gemeinsam erleben werden. Im Juni hatte sie ihren Fans die großartigen Neuigkeiten eröffnet. Bei Instagram folgten zahlreiche Strahlefotos, auf denen sie ihren runden Babybauch präsentierte. Nun, wo die Kleine auf der Welt ist, würden sich sicher viele ihrer Fans über ein Foto freuen. Doch Bilder ihrer Tochter wird die Schauspielerin höchstwahrscheinlich nicht mehr ihrer Follower-Schaft teilen. Privates hält sie gerne privat. Sowie auch den Papa des Nachwuchses, den sie aus dem Rampenlicht raushält. Senta Sofia Deliponte spielte drei Jahre lang die Tanja Seefeld bei Gute Zeiten schlechte Zeiten. Nach ihrem Ausstieg widmete sie sich ihre Musikkarriere, unter anderem dem Musikprojekt Una. Durch ihre Schwangerschaft musste die Sängerin ihre Herbstturnier in den Frühjahr 2018 verschieben. Klar, jetzt muss die frischgebackene Mama auch erstmal für ihre Kleine da sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017